Uchuchkala Uchuchkala, my babuschkis Sorry, dass ich euch vielleicht erschrocken habe, aber nein Wir müssen jetzt das Ding hier fortfahren und in den Keller hier hopsen Und wie gesagt, mir fehlen noch 13 Buhus, das ist ja nicht so toll und nicht so atemberaubend Aber naja, wir müssen die Buhus noch bis zum Ende hin suchen, denn ich glaube Für jeden Buhu gibt es für den N-Boss, also für den N-B-B-B-B-B-Boss nochmal Minusleben Und das ist doch mal jetzt atemberaubend, ne, it's brieftaking Die Vokabel, die ich in Englisch gelernt habe, die muss ich auch mal benutzen Wenn man schon was lernt, dann benutzt man die Wörter auch, ne Und das ist doch mal so ein Thema, wenn man etwas lernt, was du gar nicht benutzt In der Schule gibt es ja vieles davon, was man nicht benutzt Zum Beispiel Latein, man lernt es aber, man benutzt es ja nicht Und, äh, scheiße Gut, weg von mir Ah, gut, da rein Hat die Sequenz schon mal gezeigt Und ist offen Gut Ja, was muss man hier machen, ne Boah, du fucking Kack Uh Gut, ich brauch, ich brauch, ich brauch Meine Fresse, weg von mir Jetzt Nein Oh Diese grünen Teile muss ich auch aufsorgen, ne Weg von mir Du rote Schlawiner, du Du, du, du Ah, gut, es ist offen So, ich brauch jetzt mal dieses Ding hier Komm, 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 komm Ja Kann ich jetzt irgendwie einfrieren Nö, okay Das, das sieht aus wie Säure, Alter Luigi, geh mal rein Du bist unser Testobjekt Oh, der ist schon etwas teurer, du Okay, die sind schon etwas Oh Meine Fresse Wo ist der jetzt hin Darüber Leckelmusch Muss irgendwie rüber Gut, dann geh ich mal rüber Wie soll ich denn da rüber, hallo Hallo Muss ich da irgendwie rüber Ha Komm, wie kann ich rüber Aha Man kann das doch einfrieren Sag ich doch Gut Jetzt mal drehen Ich hab schon die Hälfte What the fuck Die Hälfte der Leben Meine Fresse Ah ja, was ich noch sagen wollte Ich hoffe, ich werde Nicht mehr So viele Thematische und technische Fehler haben Ich hoffe, ich bekomme das Für die nächste Zeit lang hin Denn ich hab hier mal meine Capture Card geändert Womit ich meine Dings jetzt aufnehme Man soll ja Sachen erneuern, nicht wahr Oh ja, neues Teil, neues Teil Gut, so viele Räume haben wir hier nicht mehr übrig Deswegen würde ich mal sagen Viele Parts fehlen mir nicht mehr Hm Haha Gut Hallo Hallo Und das ist natürlich Och du Kacke Wo ist denn hier der Buhu Lagerfeuer Oh mein Gott Gerade hören die Sonne Aber es schneit so übel Das ist doch nicht so fassen Ah What the fuck Ah, okay, hier Das ist ein Eskimo Das ist der letzte Heiß Autsch, verdammt Das ist zu viel heiß Ich werde in dieser Hitze kochen Ich werde zerschmelzen Hast du dieser Dieses Feuer entfacht Hast du diese Feuer entfacht Was hast du dir dabei gedacht Wenn jemand in dieser Wille Ein Feuer entzündet Sollte er sich Auf die Konsequenzen gefasst machen Und jetzt lerne deine Lektion Aha Aha Jetzt aber Wir müssen uns auf diese Dingerleifest machen Auf diese Überwolke Ach du Kacke What the fuck Jetzt aber Okay, gut Hoffentlich ist er nicht so Schwer bis zum Ende Denn Das ist wirklich Warte Der ist ja wirklich schwer Meine Fresse Gut Jetzt aber Was hat ein Eskimo In dieser Villa zu suchen Ein Eskimo In einer Villa Natürlich Ich freue mich schon Auf den zweiten Teil Von Ludisch Obwohl ich mir den nicht hole Aber ich werde schon Ein bisschen Videos davon Schon schauen müssen Um meine Nintendo Seele zu Wieder festigen Gut Da würde ich Mal sagen Viel fehlt uns hier nicht mehr Rutsch weiter Natürlich Wie das aussieht Aha Wo bin ich Ah ich bin Letzte Etage Das kenne ich gar nicht Den Raum kenne ich gar nicht Egal Auf jeden Fall Muss ich hier wohl Ähm 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 Ah Komm Leckel mich Wackel doch Geht doch Ach das ist er ja 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 Huh Huh Okay einer ist da noch Krass Ich hoffe der ist nicht so Du spürst die Beobachtung So myself Auf als hättest du niemals Etwas anderes gemacht Respekt Bruder Respekt Wir sind gerade mal im Bereich 4 Es wird sich noch Etwas zugeln müssen 150 Oh ich bin eisig Bo Warte Nein 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 Du bleibst hier Du bleibst hier Du bleibst hier Zum Glück wird Luigi mitgezogen Rund an der Leine Mein Gott Oh mein Gott Jetzt ist er geflohen Auch noch Warum musst du rutschen Man Ja genau Flieh da hin Ja genau flieh da hin So Das wäre noch so geil Wenn es so ein RPG Von Luigi Menschen gibt Ein RPG Ja Was ich mit RPG meine So dass der Dass man den Staubsauger noch Ich meinte Rollenspiel Sorry Dass man den Staubsauger noch Aufleveln kann Ja Aufleveln Was ich mit Aufleveln meine Zum Beispiel Dass der so ein Hypertonardo Strahl Hat oder Wie soll ich sagen Nicht Feuer speien kann Sondern Rasier klingen Ja gut Das hilft jetzt nichts Gegen Geister Aber natürlich Wäre das sehr cool Nein 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 Uns fehlen noch Mit dem Raum Wo wir gleich hingehen Noch 10 Geister Und das ist natürlich Jetzt Special Für mich Ja nix Staub Ähm ich hoffe Bis zum Ende Wird sich kein Technischer Fehler Mehr auftecken Wenn doch Dann müsste ich das Leider wieder Nachkommentieren Aber wer nicht genug Von meinem Gelaber hat Oh Gold Gold Wer nicht genug Von meinem Gelaber hat Hm Ja Ja kann gucken Ach was mein Freund Mir gestern gestellt hat Was für ne Frage Ich hoffe du fühlst dich Angeschredet Angesprochen Ähm Er hat mich gefragt Was besser für mich wäre Jetzt vom Gefühl her Äh Ein Diamanten zu halten Oder ein Goldblock Ich glaube Ich glaube jeder wird erstmal sagen Diamanten Weil Man denkt ja Dass Diamant Diamant Viel mehr Geld Einbringt Bin ich richtig Nein Viel mehr Geld Einbringt Aber Ähm Der Diamant Ist Ist viel zu klein Um eine Ähm Gelbgierige Seele Zu Befriedigen Ich glaube was gut Da wäre Dafür wäre Wäre ein Komm komm Herz 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 Ja Er ist wirklich so ein Diamant Eigentlich Goldbalken Denn der Goldbalken Ist ähm Schon so ein fettes Oshi Ding Wenn ihr versteht was ich meine Oshi Aber nein Wir müssen jetzt mal hier weiter Was ist Ach das ist der coole Raum Genau den kenne ich noch Der letzte Geist Ah oui Du warst Ist nichts War Nicht War Das ist der Maler Du in der Welt Du siehst nicht Das Leben In meiner Kreation Ah oui Ich zeige dir Meisterhaft Die Kummer In der Kunst Ich kann Ich hab keine Französische Kann keinen Ich kann keine Akzents Okay das ist krass Kommen wir jetzt Kommen wir zum Okay das ist Dummer Oshi Haft Gut 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 Kommen die Geister Die Geister Die Geister Die Blubbel Die Blubbel Ich liebe die Blubbel Blubbel Meine Fresse Da verliert man Da verliert man Sehr viel Leben Ich hoffe Leben kommt Nein Kein Leben Nein What the fuck Boah das wird Ja immer schwerer Du Das wird ja immer Schwerer Gut Eine Fresse Ja Man muss Man muss ihn Etwas noch Warten lassen Man muss ihn Noch Ähm Noch Ähm Jetzt Wie sage ich mal Man muss ihn Noch Gedeihen lassen Bis er sich Einlebt und Denkt Oh ja Oh ja Oh ja 2,30 Aber das wird Scheiße Fett Das wird Sehr Fett Fick 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 Jetzt aber Weg 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 Oh Gott Ich dachte Gut noch einer Noch einer Noch einer Komm herz Herz Meine Fresse Aber jetzt Oh Mann Du Interventler Ich finde den Einfach Hinterfotzig Sag ich mal so Schon wieder Alter Wenn Das ist gerade Mal der Anfang Du Das ist gerade Mal der Anfang Jetzt aber Boah Ich hab doch Gesaugt Ach komm doch Mensch Jetzt aber Ich glaube ich Hab noch ein bisschen Feuer Deswegen lasse ich mal Etwas Feuer spielen Ich saug doch Luigi Zeig mir nicht Deine fette Mütze Und meine Fresse Jetzt aber Komm Jetzt kommen die Kleinen Dixer Du Jetzt alle Oh Nein 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 Noch einer Noch einer Noch einer Noch einer Man Nur noch 40 Leben Das wird doch Nix Komm noch ein Leben Noch ein Leben Ach da gibt's Gibt es gleich Nen To Oder was Mann Ich warte einfach Zu lange Wer kommt denn da noch Okay Shy Guys Banane Okay Jetzt kommt Shy Guys Ich glaube die Verbrenne ich mal Denn die sind nervig Mann Das war jetzt scheiße Das war jetzt sehr scheiße Oh ja Nein 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 Noch einer Fehlt Ja 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 Okay Ich bin wieder voll im Rennen Ich bin wieder voll im Rennen Ich bin Luigi Ich bin der King Boss Also entschuldigt mich Für meine Sag ich mal Ausdrücke What the fuck Oh Das war jetzt gerade Warte Was Das ist ein Bananenficker Du Du Bananenficker Du Oh Da bin ich Ringefallen Geht doch Das ist glaube ich Einer der stärksten Bananenficker Ich meinte Oh sorry Das Wort wollte ich nicht benutzen Ich meinte Bananenessers Nach Donkey Kong Die man als Gegner bezeichnen kann Ja Kann sogar Bananen aufschlucken Alter Der Staubsauger kann sogar Ganze Bananenteile aufschlucken Geister Verstehe ich ja doch Aber ganze Bananenteile Man müsste echt mal Merchandisen machen Ghostbusters Jetzt kommt der Man Alle drei zusammen Das ist doch nicht fair Das ist nicht fair Gut jetzt kommt der letzte Komm her Komm her Mann Das wird schwer Komm her Mann Das wird sehr schwer Der hat Bomben Wo kriegt er die Bomben her Ist er Ist er Freund von Osama Ja Was hast du jetzt Hast du neue Gegner Du Archibald Meine ehrlichen Werke Selbst wenn ich Verbleiche Wird man Weg andauern Ouiui Goon zurecht Nies Gebers Kunst ist unsterblich Na nü Was eist ihr Nur eines meiner Werke Ist noch fordern Das ist völlig unmöglich Es ist zum Eulen Gut Das war wohl der Vorgeschmack Eines Sehr Amuströnten Wie soll ich sagen Künstlers Amuströnt Das habe ich gerade erfunden Amuströnt Das soll man In den Duden kommen Amuströnt Die Droh kriege ich Mein Schatz Mein Schatz Niemand Glaubt Meinen Schatz Ich habe echt so einen Freund Der glaubt An den An den Oh Okay Das ist der Endboss Das ist der Endboss Das ist mal der Endboss Gut Aber bevor wir an den Endboss Also genau Was ich noch sagen wollte Ich habe einen Freund Der glaubt wirklich an den Gollum Der glaubt wirklich an den Gollum Ich weiß man So tottlich ist Um an den Gollum zu glauben Aber der glaubt auch an den Harry Potter Wo ist er hin? Wo ist er hin? Okay das wird nochmal eine Das wird nochmal eine Schnitzel Okay das sage ich euch Oh mein Gott das wird nochmal eine Ja komm hier hier Zurück 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 Na gut Das wird ein Hin und Her Meine Freunde Ich glaub ähm Das kommt in einen neuen Part rein Die Boohoo Jagd Ah schau mal die Hälfte haben wir ne Gel Gel Will ich das Wort Gel Meck Ihr seht ja da hinten den Herkules Ist er nicht der Typ der Der Adonis da Dieser Sportfreak Fanatiker No Komm 56 56 Das packen wir Man Gut man das Spiel selber Was ich mir noch wünschen würde Für Vielleicht ein Remake Ist eigentlich hier Recht Irrelevant Aber ein Teil für die Wii U Wäre schon angebracht Dann könnte man mit dem Könnte man das so In Zombie U Ähm Swag machen Was ich damit meine Könnte man den Staubsauger auslenden Indem man das Gamepad benutzt Zum Beispiel Ja gut Ja Hehe Gut gemacht Okay Wir haben bis jetzt 40 Boohoo's Und wir warten weiter Bis wir Alle haben Geht's überhaupt noch? Natürlich nicht Warte wo bin ich hier Ich bin auf der Seite Ich geh mal auf die andere Seite Schnell Quickie Quickie Wir sehen uns in die Räume An denen ich noch etwas zu suchen habe Ja gut Ich schallige Ich schallige Ich schallige Schnellige 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 Vielen Dank.